Hallo und damit willkommen zurück zu Mario Kart 64 mit dem Flash. Mit Centus, dem Rumdüser. Alter Spinner. So, wir machen nochmal erneut den 100er Cup und die letzten Runden. Den Spezialkup. Ja, aber nicht da. Vor wir den beiden jetzt mal so verkackt haben. Ich, ja, du hättest gewinnen können. Ja, wenn du mich nicht da abgeschossen hättest vom Ziel. Ich wollte ja nur Zweiter werden. Naja, bist du ja noch nicht mal geworden, du Affe. Was bin ich denn geworden? Vierter oder so? Oder fünfter? Weil mich irgendwas abgeschossen hat oder so? Du bist gegen die Pflanze gefahren, du Affe. Irgendwas gegen die Pflanze? Naja. Ah. Ja, und ihr habt den Taube-Staat. Ja. Den ätzenden Taube-Staat. Und jetzt haben wir einen leckigen Start oder was? Äh, ja, jetzt wird's gleich einfach wieder schnell hier, ne? Huiiii. Ja, jetzt wird wieder schnell hier. Dann bin ich schon wieder im Wasser rein. Byeiii. Aua. Du bist wieder voll ätzend grad. Ich hasse diese, ich hasse die Strecke eindeutig. Hm. Die Strecke hast dich wahrscheinlich auch. Na klar. Oh, nicht nein, 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 das wird wehtun. Trifte ich doch eh nicht. Oh, als würde ich, als würde ich im anderen TS angestupst. Ja. Pech, ne? Pech, Pech. Schon wieder nichts bekommen. Iju, oh, oh, oh. He, he. das kleine stück auch noch war ja genauso habe ich die folge abkürzung verboten hat irgendwie 16 augen kriegs sind auf einen tag dadurch abkürzung verboten ist klar nice nice wo komme ich jetzt das ist die falsche tasse ich bin froh dass ich nicht so nah an mir dran war also ich hab nix alter wieder nicht dann fahr du vor schon wieder hält das wieder ich schau wieder nix ok da bist du schon zu weit rechts gibt also wie viel bananen sind denn hier was ist ich bin eigentlich nicht zu weit rechts gefahren oder geflogen jawohl achter wie sich position schnell wechseln können generell das level ist aber scheiße ja das ist da sprichst du rüber da musst du so im tausend mal im kreis fahren irgendwo das schwere nichts bekommen fette sauber ist ausgerutscht und immer dieses aufgeregt weil die dicken vor dir sind wenn du starten nee alter lol wird die mich selber da wieder getroffen da fällt gleich war ja noch ein Oh, Barrios kriegt alle ab. Natürlich kacke. Haha, erster. Toll. Aber vor allem weil Donkey Kong irgendwie ausgerutscht ist eben auch noch. Wenn Mario am Start stehen geblieben ist, dann überholt Mario mich jetzt. Oh, 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 oh. Benner. Juhu. Da kommt irgendwas mit Stern. Habt ihr ausgerutscht? Zweiter, dritter. Warum auch immer dritter? Weil Donkey Kong vorne ist. Habt ihr nur nicht gesehen eben. Hier we go, hier we go, hier we go. Hier we go, hier we go. Hier we go. Ah, scheiße. Ich hasse... Okay. Was denn? Ich hasse diese scheiß Stelle hier, wo man dazwischen fahren muss. Die hat mir zu einer schon die Plätze gekostet. Ja. Passiert, ne? Fuck. Fuck, 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 fuck. Dankeschön, Flash. Warum schießt du mich ab? Du warst... Ich wusste nicht, dass du vor mir bist. Ja. Ich bin scheiß... Teils Weg eben gefahren. Um hochzufahren. Ich war so... Ich war erster. Das war mein Fehler. Das war echt mein Fehler. Hättest du nicht so riskant fallen müssen. Ja, ich... Wer hat so weit zur Seite gelenkt mit einmal? No. Boah. Ich könnte kotzen, sonst wäre ich erster am Ziel gewesen. Und dann schießt du Arsch mich noch ab. Fucken. Kann ich ja nix. Mann, was du früher darauf reagiert, kann ich ja nix. Nein, ach, ich werd die ganze Zeit drüben angestupst. Das ist voll schlimm. Warum musst du auch darauf da drauf sein? Weil ich überall darauf bin. Ich bin auf drei TS gleichzeitig on immer. Mindestens. Ich bin ein bekannter Mann, weißt du doch. Ein Arschloch. Jeder braucht mich. Nein. Ich hab nen Dicken vor mir. Ich kann keinen Superstart machen. Auch ohne Superstart bist du aus Brutsch. Hast du gemerkt? Das ist total ätzend. Okay, letzter. Jetzt weiß ich zumindest meine Position. Ja, erinnert sich ja auch alles, ne? Wegen der Strecke. War ich nicht. Warum fällt man da so komisch? Der rutscht. Der rutscht auch noch so scheiße. Jetzt wollte ich ja auch noch runter. Du weißt ja, dass es ein Griechenumweg ist, wie du fährst, ne? Nein. Doch. Ich weiß ganz genau, dass ich schon hier bin, ne? Ja und? Ich bin ja nur runtergefallen. Ohhhh. Was denn? Egal. Drücken. Alter Schwede. Du bist ein Kotzbrocken. Ne? Alter, ich hasse dich. Das war fast schon klar. Wie viel Arbeit du darfst nicht haben, ne? Du hast bestimmt drauf gewartet, bis ich nur groß war. Ich hab gewartet, bis alle wieder groß waren, du Vollpfosten. Dafür fliegst du jetzt runter. Ja. Bis alle groß sind, Alter. Die sind nicht alle groß. Die waren alle groß, du Affe. Ohhhh. Wenn die Bilder groß werden wieder. Vollarschig. Und in dem Moment hab ich auch wieder eingesetzt. Vollarschig. Lauf mal kein Müll. Vollarschig. Fucken. Okay, Vario ist drüber. Ich fahr schon wieder runter. Donkey Kong ist drüber. Okay, ich bin dritter. Weißt du doch nicht. Doch. Du weißt nur, dass ich letzter bin. Das kann sein. Ich bin schon wieder runtergefahren, bin irgendwie bei mir die Lenkung grad bei mir nicht so wirklich. Voll kacke. Tschüss Donkey Kong. Na. Hallo. Man, man, man. Boah, ist ja schlecht grad bei mir. Die strecken allgemein in dem Cup sind total kacke. Ich hab die zweite Runde erst. Wenn ich auch dreimal insgesamt runterfalle, ist das kein Wunder. Du Wichser. Oh, nein. Jetzt bin ich letzter. Oh, ich war erster. Du bist nicht letzter. Ich bin letzter. Wo ich schon wieder runterfalle. Genau in dieser Kurve. Ja. Passiert, ne? Jetzt hasse ich dich. Passiert. Jetzt hasse ich dich. Du hast mich doch eh. Und ich hab's einfach nur eingesetzt. Ich hab nicht drauf geachtet, wo du warst in dem Moment. Die ersten Zaubersternen? Ja. Ne, einer ist so vor mir. Zaubersternen hineinander. Drei. Was hast du auch für einen Abstand? Hä? Das ist ja auch ein riesen Abstand. Ja. Habe ich auch. Ich schaff das eh nicht mehr. Vor allem, weil ich zweimal runtergefallen bin. Na Peach? Du fährst einmal im Kreis, weißt du schon, ne? Nein. Doch. Ich fahr immer nur unten durch. Das sieht nur so aus, weil ich wieder rückwärts fahre oder in eine andere Richtung. Ja, und greifst jetzt wieder durch. Ja, aber ich bin direkt da. Ach ja. Schlecht. Letzter. Oh, kacke. Ja, super. Danke Peach. Hi. Vor allem kriege ich jetzt nur noch Zaubersterne. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T server, that's vital. Beide открыв, that's vital. Fünfter oder vierter bin ich. Jetzt zu machen. ein oder dritter runtergefallen noch eine noch eine bekam der ist wieder hochgefahren ja ich schon mehrmals gesehen dass er mit einmal wieder hinter die auftach und wieder hochfährt ok ist klar das ist so lächerlich bin ich hatte kein windschatten only windschatten mein jungen das hätte man gehört kommt noch ding an war null punkte sind null punkte die man bekommt muss schon wieder dritter jetzt kommt doch das geister level glaubt den 150er cup machen wir auch nicht mehr nach oder klar du bist nur von sagt er wird bestimmt total einfach mann da steht da so ein fetten vor mir